Hi Leute, und ganz herzlich willkommen zurück zu meinem Video. Ich mache heute ein paar Maul-Sounds, wo ich, ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht so laut, aber ich glaube, es geht. Ich befinde mich hier gerade in meinem Bett, bin ein bisschen zugedeckt. Einfach, dass wir hier so ein bisschen eine cozy Stimmung haben. Ja, leh dich, leh dich, leh dich zurück und ganz viel Entspannung. Was ist das Bedeut? Ich habe mich sehr, 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 sehr. Ich mache übrigens auch gleich mal den Pop-Shots ab und dann mache ich ein bisschen an ear-to-ear-mouths-sounds. Also, ich mache es so gut. Ja, 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 ja. ich hab da noch negativ eine Kiegegesst öööö kämpfe ööööö so schreit, schreit, schreit schreit Ich mache jetzt mal das Dings ab, der Popschulz und den schauen wir mal schreit 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 Vielen Dank. Also ohne, nicht mit, sondern ohne Popschutz ist dieses Mikrofon wirklich sehr, sehr, sehr sehr, 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 sehr. wasser Okay. Okay, ich hoffe dieses kleine Video hat euch jetzt Ich hab keine Nackung mehr Ich hab keine Nackung mehr Aber ich muss euch das Video jetzt noch dabei Wir sehen uns sehr, bye bye Bis dann